Musik Also ich finde das einfach absolut genial und vor allem, ich habe riesen Spass daran, dass man die Leute empfangen darf die wirklich neu, völlig überraschend auch wieder zu einer Medaille gekommen sind Ja, also ich selber bin Volonteers hier und ich arbeite hier in Sochi und ich war im Athletendorf und konnte es im Fernsehen mitverfolgen und alle anderen Athleten sind auch dort vor dem Fernseher gehockt und haben es auch gesehen also es war sensationell Ich habe leider nicht so viel von der Medaille bekommen im Verlauf des Tages Wir waren noch im Packen, aber es ist natürlich eine Freude Wir mussten ausscheiden und das ist Olympia Genau, wir durften auch wunderschöne Momente miterleben wo natürlich nicht nur den Gewinner oder den Medaille-Gwinner Träne in die Augen jagt sondern auch daraus zu schauen Treuhan Musik Musik